Ich bin der Moritz und spiele in Sturm. Ich bin der Benjamin und spiele im Tor. Ich bin die Lea und ich spiele in der Mittefeld. Ich heiße Erin und spiele in der Mittefeld. Ich spiele Darius und spiele in der Abwehr. Ich spiele Max und spiele in Sturm. Ich bin Arthur und spiele in der Abwehr. Ich bin Fabio und spiele in der Abwehr. Ich spiele in der Unmut und spiele in der Abwehr. Und als Team sind wir SGM 70, SGM 70, SGM 70!